Russland hat in der Nacht ukrainischen Angaben zufolge erneut massive Angriffe auf Lviv, Kiew und andere ukrainische Städte geflogen. In Lviv trafen russische Drohnen laut Behörden kritische Infrastruktur. Niemand sei verletzt worden. Der ukrainische Generalstab bestätigte, dass in der Nacht 28 von 30 russischen Drohnen von der ukrainischen Luftabwehr über dem Land abgefangen worden seien.